Hallo, mein Name ist Markus Grutzek von Grutzek Software. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr CRM-System datenschutzkonform nutzen. Ich treffe viele Vertriebsleiter, die das Gefühl haben, mit einem Bein im Gefängnis zu stehen. Schauen wir zunächst, was bei Verstößen droht. Die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, regelt, welche Daten Sie im CRM-System speichern dürfen. Hier reicht der Bußgeldrahmen bis 20 Millionen Euro oder 4% des weltweit erzielten Jahresumsatzes. In welcher Form Sie Interessenten ansprechen dürfen, regelt das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, kurz OWG. In § 7 wird geregelt, dass Sie grundsätzlich die Einwilligung des Betroffenen für eine werbliche Ansprache benötigen. Verstöße können mit bis zu 300.000 Euro pro Einzelfall geahndet werden. Was bedeutet das für den vertrieblichen Alltag? Erstens die Anspruchsgrundlage für die Speicherung der Daten. Je Datensatz sollten Sie die Herkunft der Daten, den Zweck der Datenspeicherung sowie die Anspruchsgrundlage, auf der Sie diese Daten verarbeiten, im CRM-System hinterlegen. Zweitens verwalten Sie Werbeeinwilligungen zentral. Sorgen Sie dafür, dass alle Einwilligungen für die werbliche Ansprache zentral im CRM-System je Kanal abgelegt werden. Das schafft Transparenz und gewährleistet, dass Sie die betroffenen Rechte wahren. Sonst entzieht Ihnen der Interessent in der Newsletter-Software die Einwilligung für die E-Mail-Ansprache, aber der Vertrieb schreibt den Kunden via CRM-System weiterhin per E-Mail an. Drittens prüfen der Einwilligung vor Ansprache. Das CRM-System muss vor der Ansprache via Telefon, E-Mail usw. die jeweils gültigen Einwilligungen prüfen. So wird wirkungsvoll verhindert, dass Sie gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb verstoßen. Viertens schaffen Sie Transparenz. Die CRM-Lösung sollte automatisch Änderungen an den Stammdaten oder Einwilligungen protokollieren. So dass Sie jederzeit nachweisen können, welcher Mitarbeiter wann die Daten wie geändert hat. Ich kann Ihnen hier nur kurz einige Impulse geben. Ausführlich finden Sie dies im E-Book, CRM und Datenschutz dargestellt. Gerne begleite ich Sie auf Ihrem Weg systematisch und erfolgreich neue Kunden zu gewinnen. Vereinbaren Sie dazu einfach einen Telefontermin. Amin. Amin. Amin.